Fette und Öle sind Bestandteile vieler Lebensmittel. Der Mensch gewinnt sie aus tierischen Fetten. Pflanzliche Fette hält man heute allerdings für gesünder. Damit es nicht zu solchen Auswirkungen wie diesen kommt, befassen wir uns mit dem Thema Fette, Fette und Öle. Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video ist vorgesehen für das Gymnasium, die Kursphase und den dortigen Leistungskurs. Der Film ist folgendermaßen gegliedert. 1. Aufbau der Fette 2. Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren 3. Feste Fette, flüssige Öle 4. Vergleich von Fetten und Ölen 5. Zusammenfassung 1. Aufbau der Fette Fette sind relativ übersichtlich aufgebaut. Ihre Bestandteile sind ein Molekül Glycerin und drei Moleküle Fettsäuren. Die Verbindung Glycerin ist abgeleitet vom Kohlenwasserstoff Propan. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com 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 Vielen Dank.